Du musst aufpassen, dass die den Commander nicht vor mir gehen, ey. Meine Freunde brauchen einfach zu lange. Ich glaube, ich muss mit beides einfach durchlaufen. Weißt du was? Hier, lass mal Plätze tauschen. Siehst du, und dafür haben ich diese Dinger freigeschaltet. Für genau sowas. Wenn man mal einfach echt einen Platzwechsel braucht. Willkommen zurück zu Commentary. Ich bin Ari und wir spielen heute Fire Emblem Three Houses weiter. Auf in den Kampf. Hier sind beide getroffen leider, aber sie hat jetzt überlebt. Das ist alles Tutti. Alles Tutti, wir dürfen noch nicht vergessen, Ingrid zu heilen. Jetzt müssen die wieder angreifen, wahr? Jetzt sterben wieder ein paar Leute. Shit. Ja, einer weg. Ja. Aber gut, der hat überlebt. Nice, 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 nice. Vielleicht kriege ich mich dann den dran mit Ingrid. Sigrid. Yes. Yes. Nice, hat noch einer überlebt. Oh, da war mal einer. Shit. No, ach man, no. Ihr seid doof. F you. Okay. Ähm. Okay, noch einerseits am besten. Oh mein Gott, ich habe gerade gelesen, also ich wollte eigentlich einfach nur wissen, ob wir Minuspunkte bekommen auf den Revolts, wenn dieser Typ hier stirbt. Und stattdessen habe ich einfach mal gelesen, dass wenn wir diese Dismission nicht machen, an einem bestimmten Punkt im Spiel stirbt ihr. Ich werde nicht sagen, wann, aber ich werde nicht sagen, wann, aber ich werde nicht sagen, wann, weil die, die das Spiel schon gespielt haben, können sich wahrscheinlich denken, wann. Dann, wenn noch so viel anderes passiert. Aber, holy frick. Derrick? Das ist nasty. Das ist nasty. Ach nein, jetzt hat sie eine gemochene Lanze. Jetzt mich verarschen. Ich stelle es jetzt mit Absicht dahin, in der Hoffnung, dass der Typ nicht auch ins Gebüsch geht. Ach, so ein Blödsinn, ey. Wer ist noch dran? Ich bin noch dran. Oh Mann, ey. Oh Mann, bleiben sie bei mir, I guess. Vielleicht stimmt der Typ dann gar nicht. Actually. Oh Gott, aber auch, wo sie im Leben halten können? I'm not sure about that. Warum treffen die sich alle mit so wenig Trefferchance? Ups, ist voll gehackt. Alter. Nein, sind die relativ langsam. Den kann ich dann vielleicht nächste Runde erledigen. Wird ja eh mal getroffen. Warum in den Büschen bleiben? Bringt ja nichts. Alright, please. Kannst du sie hören? Okay, er kann sie nicht erreichen gerade. Weil sie zu schlecht steht. Oh, das können wir hin. Angreifen. Was hat denn Eisenschwert, I guess? 100%? Ja. Gut, dass du das gedroppt hast. I aim for greatness. My technique could use some polish. Yes. Alright. Jetzt. Haltung. Nein. Bugertief. Dann greift sie jetzt eigentlich alles an. Der Typ nicht. Der Typ auch nicht. Der Typ auch nicht. Oh, nice. Sollen wir actually able, be able to do this? Nice. Ah, einfach weiter rennen. Ah, einfach weiter rennen. Entschulde. Will ich da verkaufen? Glaub nicht. Mhm. Wie kann er jetzt schon wieder abschießen? Oh, wow. Oh. Hast du schon auch so nett. Okay. Hey. 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 Okay, passt tot. Okay, ich muss da jetzt mal ein bisschen aufräumen. Das heißt, Ace muss wieder nach oben eigentlich. Ach, shit. Warum ignorieren die jetzt eigentlich einander? Die gehen einfach links rum und die anderen gehen rechts rum. Are you fucking kidding me? Da bleiben wir zu über 9. Oh, shit. Und Ace ist jetzt echt weit weg. So ärgerlich. Ich muss nur wieder schauen, mit dem Dinger mal. Oh, ein Crit. Crit, crit, crit. Kein Crit. Alright, whatever. Ja. Wow. Kann ich auch nicht mehr helfen. Ach, Mann. Das ärgert mich zu sehr. Okay. Ich hätte Ace da nicht runter bewegen sollen. Ace, da. Hat er gehen? Nein, kann heilen. Hm. Nein, ich will einfach nur, dass du batest. Ich will einfach skippen. Nein, ich sprühe mal vor, falls doch was anderes passiert. Zack, zack. Zack. All right. Der flütet, glaube ich, den einen. Die gehen da nach links. All right. Dead. Done. So, und jetzt bin ich wieder dran, oder? Ja, okay. Und jetzt kann ich natürlich auch einen tatsächlich erledigen. Was hast du bei Tarnis-Bahn-Shield? Ausgewogener Schild, der sowohl physischen als auch magischen Angriffen widerstehen kann. Hm. Ready. Ich warte, Ace, kannst du mal so freundlich sein? Ah, ich wünschte, ich hätte einen Dancer, sag ich dir. Hat er noch 13? Sagst du hin? Wie viel Schild macht sie? Ja, er macht mir noch 13. Alles klar. Wunderbar. Freude mit ihnen Geschäften zu machen. Na, das ist ja eine Klasse, leider schon gemeistert. Das war echt blöd. Ich hätte ihm nur neu geben sollen heute. Naja. Done. Kannst du sie von hier immer noch rein? Nein. Danke. Hier geometricst. Das ist eine Reaktion. Du musst aufpassen, dass du den Commander nicht vor mir killn, ey, shit. Meine Leute brauchen einfach zu lange. Ich glaube, ich muss mit beides einfach durchlaufen. So ein Shit. Sorry. Ich muss gerade so viele Schimpfer da hier. Ähm. Ist aber auch einfach echt verhext, ey. Die Frage ist jetzt, mach ich den da oben. I guess. Das ist dann nämlich auch noch von mir besiegt worden. Wunderbar. Ja, Ace hat den natürlich auch machen können. Actually, you know what? Machen wir mal. Ich brauche nämlich da unten Hilfe. Dringendst. So, okay. Now. Let's go. Stay focused. The two of us. Wir kriegen das hin. Hab ich gehört. Ich könnte natürlich. Ah. Ne, kann ich nicht. Egal. Wir stellen uns trotzdem mal hier hin. Okay, jetzt kommen sie gerade weiter zu ihm. Das ist wunderbar. Wir müssen ein paar Leute mal hier. Okay. Kannst du... Kannst du nicht mehr heilen? What? Oh, dein Provokativ ist alle. Oh Shit. Das ist jetzt ein Problem. Kleines, aber trotzdem ein Problem. Hm. Hm. Oh, Scheiße. Alter, der dubbelt den. Das hat mir weh getan. Endlich hat sie mal wieder angefangen zu dodgen hier. Soll es aber ein Dodge Tank sein, sag mal. Ja. Wow, sag ich jetzt mal den Nullschaden. Oh Gott, der kommt. Okay, der Boss ist übel. Der hat einfach mal 25 angenommen. Wow, der hat zweimal gedaugt. Was haben wir mit ohne? Meine Sohn macht es ja schon eher, wenn die irgendwie sich die vorschwächen, weißt du? Das ist nett. Das ist halt einfach nett. Okay, ähm. Langsperr, zack. Dann kommt eh sonst keiner ran. Verlorene EP. So. Ja. Die Doom macht jetzt den Platz. 61... Ach, mit Ansturm kriege ich den auch? Na dann. 50% nur? Hä? Hat er so schlechte Zahlen? Nein, Mann. Okay. Okay. Ich schaue mir erst mal den Rest an. Also, ich will mal kurz gucken. Wie viel brauche ich, um den zu killen? Kann ich jederzeit. Nice. Okay. Okay. Ähm. Oh, das ist ein bisschen kacke. Dass sie da keine richtige Waffe mehr hat. Kann da auch nichts machen. Wo ist Ace eigentlich hin? Ace? Oh. Okay. Ja, das ist so weit weg, du. Ähm. Hm. Eine Runde hält der Busch doch bestimmt noch aus, oder? Wie weißt du so an? Weißt du noch gar nicht, oder wie? Der kommt nicht bis zum Boss hin. Aber die beiden schon. Er hat noch so viel Leben. Ich denke mal, der wird das noch aushalten. Was bedeutet... Ich hole mir jetzt mein letztes Level ab. Ja. Hä? Äh. Jetzt lasst du mich hier einfach alleine mitnehmen. Was soll der Scheiß? Oh Mann. Naja, okay. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Zeit. Als ich dachte. Ich dachte. Das ist noch etwas wichtiger. Wie? Damit überlebt er? 0% Schritt, also machen wir das mal so. Tategien. Ja, gucken wir mal. Und er ist tot. Oh Gott. Oh ja. Okay. Okay. Damn, we did it. Jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Ich bin sicher, ich habe verbessert. Okay, interessant. Wo ist mein Squad? Geheil mal. Okay. Okay. What should I do? Wir haben dann echt die Level nachgeholt. Weißt du was? Hier, lass mal Plätze tauschen. Siehste und dafür habe ich diese Dinger freigeschaltet für genau sowas. Wenn man mal einfach echt einen Platzwechsel braucht. Okay, wir haben noch 5 zu... Ja. Ja, wir haben noch 5 zu... Ist okay. Kriegen wir hin. Ich kann ihn in einem Zug platt machen. Guck mal. Ähm. Wer ist denn noch niedrig? Annette. Na dann, Annette. Mach mal. Viel Spaß. Tatsächlich sollte sie dann wahrscheinlich sogar den Boss kriegen, I guess. Oh nein. Agitar, ha? Ich kann mich mal heilen. Thank you. Thank you. Jetzt ist es auch schon fast wieder oben. Dann. Mmh. Nein, vier Züge. Wäre halt echt nice, wenn Annette noch... Ja, ich habe noch genügend Zeit, Annette nachzuziehen. Seien wir mal ehrlich hier. Seien wir doch mal ehrlich. Er hat auch keine zwei Leisten oder so. So, who cares? Ich kann mich ja schon mal aufstellen. Wenn ich mich hier hinstelle, greift er mich an, das ist blöd. Macht mir Schaden, aber egal. Dann den Zucker noch. So, wir bleiben in Züge drei. Annette, komm schon. Girl. Wir können nicht ewig warten. Ach Gott. Really? Wie viel zu haben wir noch? Wie viel zu haben wir noch? Ja, das schaffen wir. Wir enden. So, jetzt aber. Alright. Annette, es war uns allen eine Ehre. Warte, ich stelle nochmal hier so und... Kannst du nur irgendwen heilen? Ja, mich. Nice. Nochmal letzte Punkte abgreifen. Er kann ihn ja mal so ein bisschen vorschwächen. Genau. Hat der echt noch ein Level upgekriegt. Was ist denn Dimitri? Ach, da oben. Na ja. Wäre natürlich schön gewesen, wenn Dimitri noch mit ihm hätte reden können, aber naja. Passiert. Ja, echt mal. Du hast den Hauptteil der Armee von Duska besiegt. Yes. Du hattest deine Vision schon... Achso, weil ich gerade da drauf stehe. Verfahren erhalten. Alright. Ein Strategie-Anwendung wiederhergestellt. Weil, bringt mir jetzt auch nicht mehr weh. Wenn es nicht Ingrid ist, dann war der Bau nicht. Ja, eben. Du hast die Nebenquests erfolgreich abgeschlossen. Dir steht ein neues Bataillon zur Verfügung. Das Kürschwert Truppen. Unangeheuert. Ich glaube, die hatte ich auch. Das heißt, ich habe die Mission damals auch gemacht. Ich kann mich gar nicht mehr an diese Mission erinnern. Naja. Ich glaube, das ist ein neues Bataillon. Idealistisch. Wir werden nicht aufhörtern. Nicht bis wir uns zurücknehmen, die Sie von uns geholfen haben. Ich habe das gleiche Gefühl. Du? Wer hat seine Schuld an Fargus geholfen? Seine Heilung hat die Menschen von Duskar ein Haus geholfen. Sein wird ein König, der stolz auf die Blut von Fargus und Duskar geholfen. Das ist unmöglich. Es ist unmöglich. Nicht nachvoll. Ich glaube, was du wirst. Aber Fargus wird sich unter seiner Reine verändern. Das ist meine feste Meinung. Der König des Arme hat nach der Fortress. Es sollte kein weiterer Gefahr sein. Prinz von Fargus! Ihr Monster! Kannst du noch weitergehen? Damit hat der General wohl nicht gerechnet, dass der Prinz möchte, dass sie weglaufen, statt getötet zu werden. Hmm. Kannst du noch weitergehen? Ich hoffe nicht. Aber das ist eine Sache. Die Menschen von Duskar nie vergessen. Die Menschen von Duskar nie vergessen, dass sie ihre Begriffe nicht vergessen. Und sie verlieren, dass sie ihre Begriffe nicht zu haben. Hmm. 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 ha ha ha. Es ist Zeit, dass wir zurückkommen. Der Professor und die anderen warten. Immer gerne. Ich bin hier hinter dir. Das ist so schön. Ich mag dieses Spiel so sehr. Alright, back to the screen. Was machen wir denn als nächstes? Doppelt so viele Belohnungen. Brauchen wir Geld? Eigentlich nicht. Im Moment zumindest nicht. Ungewöhnliche Gegner in Sicht. Ungewöhnliche Gegner. Was bedeutet denn das? Und hier haben wir eine Quest.